So, hier sind wir am Stand von Škoda, natürlich auch eine VW-Marke, hier in der Halle 3 glaube ich, das ist ja VW, Volkswagen mit Porsche, Seat, Škoda, Audi und wie sie alle heißen da. Und für mich das interessanteste Auto bei Seat und bei Škoda ist dieser hier. Der gleiche eigentlich wie der Mi, nur hier heißt der City E, IV, weiß ich jetzt gar nicht was heißt, IV heißt wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist sehr interessant zu sehen, weil die Stände hier bei Seat und Škoda sind eine sehr gut besucht. Am meisten stehen bei VW. Ganz interessant ist, und das zeigt mir eigentlich auch, dass die E-Mobilität gar nicht so verpönt wird. Hier ist um die E-Autos eigentlich der meiste Verkehr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier sind die meisten Leute, hier ist das meiste Interesse. Auch hier bei dem Auto sieht man schon, dass extrem viele Leute selbst die kleinen Autos anschauen und so was ich jetzt gehört habe, eigentlich nicht unbegeistert sind. Tja, das ist die Messe. Und ich habe den Seat ja schon eben gezeigt. Jetzt kommt der Škoda dran und danach kommt der E-App dran. Ich habe auch oben bei VW, hier ist eine zweite Ebene, die obere Ebene, da steht der ID.3. Der ist aber gesperrt. Warum weiß ich nicht, da werde ich ja mal schauen, wann der geöffnet wird, weil unten am ID.3 kann man gar nicht hin. Da sind viel zu viele Leute. Es ist ein richtiger Hype um das Auto. Ist das der Game Changer vielleicht? Vielleicht.